Und Willkommen zurück zu Nier Automata! Okay, wenn ich mich jetzt laden müsste die Story einfach weitergehen, oder? Meine ich zumindest. Denn es war doch noch Ende C und D. Und E. Also nur 3 Endings auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich alle Endings machen. Aber die gehen ja dann schnell. Ich muss ja nur nachgucken wo ich das Ending war überhaupt. Ja, ich weiß es nicht mehr so genau. Besuch ein paar. Wir haben festgestellt, dass die Netzwerk-Kore-Unit, Known als Adam und Eve, wurden zerstört. Die Reaktion des Krieges des Krieges hat sich in der komplette Chaos. Wie gesagt, Humanität hat entschieden, um diese Möglichkeit zu erzeugen, und ein All-Out-Attack gegen die Maschinen. Was ist ein All-Out-Attack gegen das Krieges? Natürlich wird die Speren von Yorha zum Beispiel gefangen. Entschuldigung, aber die Schmerzen des Sieges derchen Unternehmen. We werden ersterne never verletzen. Wir werden keine Gedanken hinterlassen. Wir werden die Jaume, die Wagen, die Land zurückgehen, Wir werden die Welt zurückgehen, aus der Schmerzen des Maschinen. Wir werden nicht in dieser Mission verlieren. Hier und jetzt. Wir werden einen End zu dieser verdammten Krieg machen. Glorie! Zu Menschen! Glorie! Zu Menschen! Ja, weil ungenau genug. Server Administrator 3S. Server Administrator 3S. Bitte zurück in die Server Administrationsraum, so schnell wie möglich, um eine Kapazität zu schaffen. Endlich Transmission. Wir werden uns einen Beitrag leisten. Viel Erfolg. Ok. Ich starte das kurz. Hier ist rot markiert. Ok, auf zum Hangar. Auf Ihren Bezug auf die Server, folgt die Prä-Programm-Einstruktionen und verabschiedet Ihre Operation. Präzise der Verkaufung. Kommunikation von der Server ist verabschiedet, außer in der Situation einer Erkrankung. Ok. Ich konnte mich überzeugen, zu sagen 2B die Wahrheit. Unsere Final-Major-Operation hat begonnen. Still, bei der Zeit, ich wusste nichts. Nicht wie die Kriege endet. Nicht wie die Verkaufung uns war. Und das sind Ihre Verkaufung. Entstehend? Um, die Spannern werden in die Gegenteil zu den Anni-Ai-System und verabschiedet werden, in advance von einer all-outen Verkaufung. Right? Das stimmt. Gut, 9S. Warum sprachst du mit mir, wie ich ein Kind bin? Was? Das muss deine Erinnerung sein. Schau für Maschinen, die Signale von dem Anti-Ai-System bekommen. Sie sollten in elevativen Bereichen mit guter Signalrezeption sein. Ich habe die generellen Positionen der Maschinen-Lieftformen, die du brauchst, um hacken. Roger. Oh, jetzt kommen echt viele Gespräche. Wenn du das machst, ein anderer wird einfach seinen Platz nehmen. Keine Mötigung des Target. Entstanden. Okay, ich muss jemanden hacken. Ja, hier ist der Tisch, wo Adam und Eva irgendwo rum sitzen. So, ich will euch keinen zeigen. Au. Ich konnte eigentlich springen, wie ich es wollte. Und wollte dann runterkleiden. Nee, egal. So, äh, ich muss das hacken, ne? Hab ich den Schritt bekommen? Die Story habe ich noch nie gemacht. Die sind die Mission, ne? Mit Engels. Das ist auch nicht so schlimm. Ich will eh nie alle in die Mission machen. Das würde sehr viel Zeit beanspruchen. Ich denke, alle Endings zu erreichen, das reicht schon. Ich soll vielleicht mal gucken, wo ich hin muss. Der Target ist gedacht, in einer hohen Location mit guten Netzwerksrezeption. Versuch, die Röftops der Gebäude. Roger. Dann können wir das mal auf die Karte kurz gucken. Wo ist das markiert? Ein aktuelles Ziel. Ah. Der gehört vielleicht doch dazu. Na ja, gut. Dann gehen wir es mal hier hoch. So, hohe Position, ne? Ach so, hier noch. Ups. Obola, stimmt. Unit 9S, Das sind mehrere Gegner. Boom. Ist sie ernst? Okay. Lauf nochmal rüber. Ich schätze, ich muss da hochklettern. Ach, ich muss ja nie hoch. So, äh. So, äh. Wir wissen, die Menschheit, die gibt's schon gar nicht mehr, ne? Bis jetzt weiß er aber nur 9S. Was? Dass das so ist. Und trotzdem macht ihr ja mit. Es wäre cool, dass du es sonst machen. Ja. 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 Okay. Es sind 8 Stück. Weg zu gehen. Du tritt mich total wie ein Kind. Jetzt fällst du auf die nächste. Okay. Sie fühlt sich echt merkwürdig. Na, was wollen wir machen? Du! Taucht er nochmal auf? Tut er. Dass die Dinger auch so schreien, das ist schon lustig. So. Dann dreht er in die Richtung. Und das halt mal. Warte geht's. Es muss doch ein bisschen dauern hier, muss ich sagen. So, auf den Turm oder? Da. Ach da, okay. Er fliegt ja ein bisschen durch die Kante. Okay. Der hat mal. in der Bühne. Oh, warte. 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 Ich zeige nur, dass du eine Liedsfähigkeit auf dem Bühne bist. Wow, das ist... ... harsch. Die halten ganz schön viel aus. Wir können auch nur Maschinen finden. Oh, schau mal, die sind nicht wieder. Ich scanne mal den. Analyse. Es ist nicht möglich, dass es direkt in der Goliath-Klass-Maschinen-Leftform zu hacken. Spezielle Software-Protektion enttetiert. Der Feier hat nichts anderes als Maschinen-Leftformen. Proposal. Unit 9-S sollte einen kleineren Feier kommen und benutzen, um den großen. Ein bisschen Multilevel-Hackung, hm? Analyse. Es ist nicht möglich, zu hacken in der Goliath-Klass-Maschinen-Leftform. Spezielle Software-Protektion enttetiert. Der Feier hat keinen Zugang von... Dann hacken wir halt den erst einmal. So, Hersteller, ne? Proposal. Unit 9-S sollte einen kleineren Feier kommen und benutzen, um den großen. Ein bisschen Multilevel-Hackung, hm? Wie einfach nur ein S hier fehlt. Ich springe schneller? Ich hab keine Ahnung. Machen wir es einfach mal. Oder? Es würde ich nicht viel nehmen. Ui. Gucken wir uns noch ein bisschen nach der Gegend um. Ich war noch nie da unten, ne? So, kann ich den jetzt zusammen hacken, oder was? Ist echt lange her, dass ich das gemacht hab. Aber so geht's. Ist ja sehr wie bei... Adam. Eva. Eva raus. So, okay. Und geschafft. 11-S zu 9-S. Komm in. 9-S hier. Ah, das dauert. Ich muss viel zu viel Distanz zurücklegen. Gefühlt. So, dann laufe ich hier hoch, ja. So, wo ist der Gegner? Ja. Okay. Das hat man. Perfekt. Uff. Das sieht aus wie alles. Proposal. Unit 9-S sollte mit Unit 2-B bevor die Kampfesituation verbreitet. Klingt wie ein Plan. Lass mich nur den Punkt auf der Karte marken. Und... da. Lass mich mal zur Markierung. Ich weiß nicht, wie die alle runter transferieren. So, ganz normal. Uh, da ist eine Kiste. Kiste geöffnet. Irgendwas für eine Schiefe halten. So, jetzt. Hier geht's. 2-B. 2-B. Die Operation wird an einem Punkt Südwesten der Stadtruinen beginnen. Use deine Flugzeugung, um dort zu gehen und mit 9-S zu treffen. Wir haben das gemacht. Wir haben die Wehren geöffnet und die Wehren geöffnet, die in der Kampf gegen Eve zurückgelegt. Sei vorsichtig, okay? Die Mission wird in vollem Schwing, nachdem wir dort kommen. Ich werde. Und danke. Entschuldigung des Dank! Entschuldigung! Wir freuen uns auf deine fortschrittlichen Combat-Exporten. Glorie zu Männchen! Wir sind hier geblieben! Ich habe den einen besiegt. 2B! Was ist denn das? Die Operation ist unter dem Weg. Und ein paar Squaden haben bereits den Feind. Unsere Orden sind, um eine Art Guerilla-Unit zu funktionieren, die unterstützt, wenn es notwendig ist. Ich habe unsere Squaden die aktuelle Positionen auf deinem Map gelegt. Du solltest da hin, ASAP. Das klingt gut. Das funktioniert. Das ist das RB, Kapitän der Vanguard-Squadron Alpha. Wir werden durch einen starken Feind attackiert. Das ist die Guerilla-Unit 2B. Wir sind auf unserem Weg. Roger, und danke. Ok, sind sehr viele Baller. Ach, am Boden sieht man, wo es runterkommt. Ich habe vorhin gerade überlegt. Hm, wie erkenne ich das eigentlich schon besser? Ok. Ah. Ich freue mich los. Meinen rustigen Klampen mal. Mein Süß. Äh. Das Scherze spreche ich nur nicht zu konzentrieren und nicht, ob es hier abgeht. Mit Glück regenerierst du so viel Gesundheit. Wir schießen aber auch echt stier. Ach, der ist tot. Wo sind eigentlich die ganzen Yor-Einheiten auf Stufe 20 schon? Ok. 1. 2. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 1. 1. 1. Ja, so viele Backups sind die ohnehin hier, das sind ja fast alle tot. Das ist ja auch die Brücke da drüben. Das ist Unit 7B, mit Vanguard Squadron Delta. Wir sind aktuell ein paar Maschinen, die haben ihre Gedanken verloren. Das ist Unit 2B. Wir gehen jetzt um die Unterstützung zu geben. Roger, 2B, viel gegründet. Oh, ich hab's gar nicht gesehen. Uh, zum Glück hat er nicht ganz gereicht für den. Das ist Unit 7B, mit der Vanguard Squadron Delta. Wir sind aktuell ein paar Maschinen, die haben ihre Gedanken verloren. Das ist Unit 2B. Wir gehen jetzt um die Unterstützung zu geben. Roger, 2B, viel gegründet. Ach, hier. So, wenn ich jetzt alle Chips verliere. Okay, jetzt auch schon mal in Besiege. Warte mal, hier vorne noch 52. Ah ne, es ist nur einer mit 57, alles klar. Der macht doch deutlich mehr Schaden. Okay, der ist weg. Okay, sieht doch wieder gut aus. So. Da haben wir doch alle. Danke für die Unterstützung. Wir gehen raus, um die nächste Squadron zu unterstützen. Entstanden. Wir sind da und haben eine Hand. Okay. Mann, ich kann nichts sehen. Alert. Das ist Unit 8B, mit der Attack Squadron Omega. Wir haben Kontrollen von unserer gegründeten Zone. Ich kann's ruhig runter springen. Das ist 3B, Kapitän der Attack Squadron. Die Wegemaschinen sind in fronte von uns. Wir können nicht diese Position halten. Oh, die gehen in die Position halten. Oh. Oh. Oh, jetzt sind jetzt viele Gegner. Okay, jetzt sind wir los. Jetzt bin ich mit sie weg gewesen. Wir gehen aber lieber mit auf Abstand. Damit er das nochmal trifft. Ich werde ich bloß den Großen besiegen und habe gefeelt alle kleinen Hollimicht fertig gemacht. Uh, ein Maschinenkern. Falls wir Geldprobleme haben. Übernahme. Eigentlich ist es sinnvoll, den Set zu bauen, immer für 9S, für den ganzen Hacken noch. Ich werde es mitnehmen, wenn es gut ist. 2B, wir haben neue Anwälte in der Region. Sie haben einen Atac-Squadron und Omega entgegen, und sie haben eine riesige Beobachtung. Kannst du da hin und geben dir Unterstützung? Wir sind alle. Mann, das ist schwerer, als ich dachte, es würde sein. Wir müssen sie helfen. Ein paar Levels, die haben jetzt gut. Oh. Ich wurde es ja eigentlich damit, den ganzen Getreemisch gar nicht getroffen hat. Alles mitnehmen. Die Alligierung. Das ist selten. Sie kamen aus keinem. Wir kämpften für eine verdammte Leben. Geh! Wenn das weitergeht, können wir es gewinnen. Nicht jetzt. Schalte die Umgebung, um zu sehen, ob irgendwelche Reinforceungen auf dem Weg sind. Du hast es. Dinge einsammeln, lass doch schnell. Wie viele rostige Klumpen kriege ich schon hier. Okay. Hey! Bist du okay? Lass meine Stimme runter. EMP hat mich Punkt Blank. Ich muss zurück. Ich versuche Backup. Sie haben... Sie haben visuelle Kamoflage? Was ist hier denn los? Ich muss sie schützen. años. Ich versuche die Flina zu sein. Die glaube ich auch nicht mehr, von einem Mal zu sein. Ich seh wieder was Ich kann ihn grad nicht angreifen Ich kann nur schießen Die können das alle Oh, ich kann grad nicht erschlagen Hacken geht noch Okay, hacken wir immer zurück, würde ich sagen Ja, wir haben die doch tatsächlich besiegt Ja, das wiederum Das wird ein Problem sein Nein, den krieg ich schon nicht genug gekriegt Aber jetzt Oh Das ist bloß wie verkacken Sieht auch gut aus Okay Oh, wir sind dem Hackensystem Ziemlich nervig auf jeden Fall Kürz außerhalb Drei Schreit mal gehen Okay Is this Oh, das ist echt Das ist ein Die EMP muss es haben Triggered Ich muss etwas machen Ich muss etwas machen Na ja, wer von denen ist ein Tobi? Da So einfach so viele zu hacken, wie möglich Aber ich weiß, ein Ending gewesen, Tobi hier sterben zu lassen, sag ich mal Tobi, bist du okay? Was ist das? Was ist das? Sie wurden infekten und verletzten! Nein! Warte, was? Die Funktionen von Attack nicht funktionieren! Das ist weil sie ihre I.D.s. Tobi, ich brauche zu hacken und füge deinen Identifikation-Circuit. Mach es! Okay Sonst kann ich gar nicht gegen so einer angreifen So, die Blöcke sind schon wieder weg Das schaffen wir Easy So, kann ich dich jetzt angreifen? Okay 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 Tobi, ich habe die Umgebung, die unsere Kölner entdeckt Okay Target-Lokation-Data geteilt Marken auf den Weg Da sind noch ein paar Level 48er dabei Ich meine die Level 20er, die Die haben verschiedene Waffen sogar Die Schlagern haben bloß die Große und die Kleinschwerter Aber die haben bloß eine Waffe Okay Okay Ist irgendwie losgeworden Achso, ich muss dann nach links Was? Ja, dann lassen wir noch kurz weitergehen Das Ding, dass wir es nie nennt Das fängt schon wieder die halbe Stunde voll, das ist das Schlimmste daran Ja So, was aber, ich geh jetzt auf den Auf der Guler-Klasse einfach mal hoch Da war schon mein Part beenden Das ist ne Kiste Ja, lachen ziemlich viele Ist hier oben irgendwas? Sonst eigentlich nicht, ne? Ich war ja schon mal hier oben Gut Ich würde sagen, ich mache mal hier Schlimmes Ah ja, alle waren so gehackt Und Zum Ziel auch noch das nächste Mal Bis dahin